Jo Leute, willkommen zurück zu Dead by Daylight Wir spielen eine Survivor-Runde Warum spielen wir eine scheiß Survivor-Runde? Ich hasse Survivor immer noch, möchte ich angemerkt haben Aber ich habe jetzt über eine Stunde gewartet Deswegen kommt heute auch kein Stream, tut mir leid Ich habe über eine Stunde gewartet als Killer Und habe keine Runde bekommen, nicht eine Also es ist nicht mal so, dass ich irgendwo eine Runde verkackt hätte Und die deswegen nicht nehme, weil die würde ich dann jetzt inzwischen wahrscheinlich nehmen Man kriegt keine Runde, überhaupt nicht Also ich weiß nicht, was das ist Da wäre es echt mal praktisch, irgendwie mal zu sehen Ja, wie viele Leute sind denn gerade auf Survivor-Seite online Wie viele sind auf Killer-Seite online Beziehungsweise wie ist das Verhältnis im Moment Und weil hier habe ich jetzt gerade eine Minute gewartet War ich fertig mit der Suche, noch nicht mal eine Minute Das ist zwar schon länger so, aber Ganz ehrlich, das ist einfach nur noch lächerlich Also für mich persönlich ist es echt schwierig So, echt schwierig was aufzunehmen Oh, Pick Ne, das sind nicht die Schweinedinger Ich wollte gerade sagen, das ist ein Nurse Das ist ein Nurse So Okay So, ich muss kurz mal Geht ein bisschen besser So Und jetzt Hoch hier Okay Okay, die hat auf jeden Fall einen Eldon drin Komm, 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 komm Das ziehen wir durch Das ziehen wir durch Das ziehen wir durch Ja, ja, danke Okay Okay Gut Warum stöne ich überhaupt Ey, 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 ey Hier Genau, danke So Und vor allem, seit wann sieht man, dass es ein Obsession gibt Und vor allem, wer das ist Okay Okay So Erstmal das Und dann reparieren wir mal So Also die hat auf jeden Fall Stridor Ich glaube Stridor heißt das Fuck Okay 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 Cool Dann geh halt woanders hin So 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 Mach mal das Mach mal das bitte Fuck So ein Scheiß So ein Scheiß Okay Gut Hätte ja klappen können Ich hätte es ein bisschen gefeiert, wenn ich ehrlich bin Wenn das geklappt hätte Hätte ich Hätte ich das echt gefeiert Scheiße Zu spät Von der wegzukommen ist halt echt schwierig Du hast ja alles amortiert So Okay So Komm 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 Was machst du da Komm weg 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 Ihr weißt doch wo ich gelegen hab Du Eierkopf Wo ist sie? Da ist sie Da Hier 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 Glodet Komm mal her Glodet Bist du blöd Ich hatte mich doch gerade bekommen Ganz ehrlich Die hat Ist jetzt noch niemanden aufgehängt Und das als der OP-Killer schlechthin Also ich kann sie wirklich nicht Also Nurse ist für mich so Einer meiner absoluten Hass-Chars Oh oh sie kommt Vermutlich aus der Richtung Zieh durch Zieh durch Zieh durch Zieh durch Ja ja Da Da war sie Eins Zwei Okay Gut Aber ich glaube die hat auf jeden Fall drei Teleportationen zur Verfügung Ich meine ich habe sie vorhin drei Mal Teleportieren gehört Was ist sie denn? Okay Es ist schon assig was du da machst Was machst du da? Dir ist schon bewusst dass du den Jen reparieren musst? Sooo Okay Spine Chill geht immer mal wieder an Sie kommt sie kommt sie kommt Haha Fuck Gott im Himmel Warum hast du es so auf mich abgesehen? Ich habe nix gemacht Ich meine gut Ich habe zwei Jens angemacht Aber Ach fuck Nein Warum geht denn hier der Jen jetzt an Fuck you Du kannst mich schon wieder heilen Danke Beste Rooster Du bist es die beste Ähm Ja irgendwie die hat es auf mich abgesehen die alte So Schauen wir mal Ja ja ich sehe sie doch Und ich höre sie auch Moment Sind jetzt wirklich alle vier hier Bist du bescheuert? Warum hast du das denn jetzt gemacht? Du willst sie doch jetzt nicht ernsthaft weglocken oder? Dein Ernst jetzt? Vor allem wie kann man das als Killer denn nicht hören? Ich schwöre es dir Wenn du jetzt wieder auf mich gehst Dann haue ich dir einen auf die Fresse Oh Aha Ah Wah Ah Ah Ja Ah 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 Oh Ah Ah Komm her, komm, 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 what the scheiße, fuck, nein, 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 pass auf, pass auf, Dreck, dreckige Schlampe, jawohl, jetzt hat sie drei, jetzt hat sie drei down, so, okay, ich kriech mal Richtung Ausgang, komm, 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 einmal voll machen, bitte, fuck, nochmal, das ist doch scheiße, jetzt holst du die runter, Ernsthaft, du bekämpfst mich jetzt? Runterholen, mich bitte aufheben, nein, fuck, Gott im Himmel, es ist doch zum Kotzen, ey, du musst hier weg, sonst kann ich uns beide bekämpfen, hau ab hier, soll ich einen Fluchtversuch riskieren? Soll ich echt einen Fluchtversuch riskieren? Ich weiß es nicht. Okay, sie will uns beide wegkriegen. Okay, das Ding da hinten ist, fertig. Okay, okay, die beiden sind voll gehalten, also wenn, dann jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, es tut mir im übrigen leid, das hört man wahrscheinlich extrem, das drauf rumhämmern. Mach hinne, 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 mach hinne. War ein guter Ablenkungsversuch, das Totem. Mach hinne. Ich habe nicht mehr allzu lange. Du hast kein Borrowed Time. Weg! Weg! Verfluchte Scheiße, hier ist nichts womit ich mich verteidigen könnte. Ich bräuchte mal jemanden, wo bist du? Ist sie am Ausgang? Steht sie am Ausgang? Achso, die ist eh tot. Gut, ja dann würde ich sagen, warte mal hier mal. Ja, die kommt. Vergiss es, die Punkte gebe ich dir nicht. Die Punkte gebe ich dir nicht. So, ich habe überlebt, das ist alles was zählt, Hauptsache ich überlebe den Scheiß. So, okay, ich habe in der Runde wahrscheinlich relativ wenig gesagt, da denke ich mir nachher auch, boah, was hast du wenig gelabert, aber ich bin halt kein Zweifelspieler und wenn dann sowas kommt, boah, das ist echt schwierig. Ähm, juhu, ich habe eine Taschenlampe erhalten. G, G, ähm, muss man sagen, hat sich am Anfang halt echt blöd angestellt. Oh. 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 Was fun. Ja, das war wirklich lustig. Ähm, aber das war klar, dass die das Calling hat. Ja, Strydor, Zanatobia und dann das ist das Calling. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Runde. Ich habe die meisten Punkte gemacht. Selbst wenn der entkommen wäre, hätte der weniger Punkte gehabt als ich. Was ist denn das für einer? Ja. Okay. Gut. Äh, Leute, wenn es euch gefallen hat, liked das. Das würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dead by Daylight. Haut's da rein. Hoffentlich dann mit einer Killerrunde. Bis dahin. Ciao, ciao.